moin moin liebe freunde euer shane54 von sys survival guys tv und es gibt wieder neuigkeiten in der welt der new z news und zwar neuigkeiten mit news naja ihr wisst schon was ich meine und zwar richtig krasse naja gut was heißt richtig krasse aber schon mal ein krasses angebot auf jeden fall und zwar am wochenende könnt ihr das 6000 gc paket für 20 euro kriegen aber also 20 euro kostet das ja immer aber diesmal mit 3000 gc gratis oben drauf also das heißt ihr spart zehn euro wenn ihr das 6000 gc paket kauft dieses wochenende im angebot viel spaß beim zuschlagen wenn ihr bock habt 3000 gc also umgerechnet zehn euro wenn ihr dieses paket kauft gespart sozusagen haut rein wenn ihr bock habt so es geht weiter und zwar wurde hier noch mal und zwar wurde hier noch mal gepostet ich habe es euch schon im anderen news video gesagt mit dem ranking system da habt ihr das ja schon mal gesehen dieses ranking system system wird demnächst kommen beim nächsten patch wenn der patch allerdings kommt wissen wir leider noch nicht ich werde aber gleich mal ein bild einblenden zu den ganzen rängen und schaut euch das einfach mal dann haben wir ein neues marketplace spotlight ich meine gut ja wenn ihr das spiel öffnet dann seht ihr das selber dann noch was schönes die oster saison hat gestartet das heißt ihr könnt jetzt wenn ihr die übelst krassen ultrakiller seid könnt ihr jetzt ordentlich abstauben und zwar boah alter rang 1 bekommt 2000 gc seht ihr jetzt gerade nicht weil meine webcam davor ist die vss chrome small backpack invisible zehn mal die weapon create tactical weapon create fünf mal die chrome kiste richtig geil und halt moment bist du chrome du bist chrome ja nicht black knight du bist chrome oder ja wird schon passen und fünf mal die alien und rang 2345 bekommt 600 gc eine vss chrome ein small backpack und zehn mal die tactical weapon create also fast dasselbe wie oben bloß eben das rang 1 fünf mal alien und fünf mal chrome und 1400 gc mehr bekommt trotzdem mega krass ich kämpfe da eigentlich nie drum weil ich weiß ich werde dafür zu viele waffen und so weiter verlieren beziehungsweise müsste ich da ganzen tag dran sitzen da ich zwar relativ gut im pvp bin aber so gut ich werde es vielleicht irgendwann mal werde ich meine challenge machen denke ich mal aber da bin ich fühle ich mich noch nicht bereit zu weil ich auch derzeit ganz andere spiele nebenbei zocke so dann die neue battle royale map am 10 april 2017 hier vorgestellt ist jetzt schon ein bisschen her schon einige tage ich meine gut heute ist der 12 vorgestern naja egal so die neue battle royale map freunde der sonne und so zwar so sieht sie aus hier mal ein paar screenshots nice mit diesem flugzeug hier gefällt mir mal ein bisschen was für die optik getan werde ich euch unter dem video verlinken könnt ihr euch mal selber ein bild von machen vom devblog auf jeden fall schaut euch das an hier ich schön mit dem bootsteg ach guck mal fein ne sieht doch mal ist doch mal was anderes ja ist mal was cooles könnt ihr euch mal durchlesen schaut euch das an ich werde euch das unten rein posten und dann würde ich sagen ich bedanke mich für das einschalten euer shane 54 von sys survival guys tv wenn ihr mehr sehen wollt lasst mir ein abo hier wenn es euch gefallen hat natürlich auch ein like und wir sehen uns in den nächsten videos von new z und natürlich auch weitere videos die wir jetzt beziehungsweise die ich jetzt äh vorstellen werde noch und ähm hochladen werde äh zu auch natürlich anderen spielen ja also nicht immer nur new z wir spielen nochmal ein bisschen was anderes nebenbei dass man ähm den kanal so ein bisschen abwechslungsreicher hält demnächst auch mal wieder ein horrorspiel was ein bisschen mit ein bisschen gruselfaktor also alles so ist ein bisschen geplant ich muss hab viel zu tun ich will eigentlich auch ähm viel twitch streams machen aber wir schaffen das schon das ist kein thema ich zieh das durch und dann lade ich wieder hoch ohne ende und dann nicht dass es zu viel input wird aber wir schaffen das haut rein vielen dank fürs einschalten euer shane 54 von sys survival guys tv stay real quell n n n Bis zum nächsten Mal.